Hallo und herzlich willkommen zu Plague Tale Recreement im Beagle. Das erste Stündchen her, war ein bisschen länger, dass ich den ersten Teil durchgespielt habe, ich starte direkt mit dem zweiten Teil, weil ich neugierig bin. Mal gucken, wie viel ich heute schaffe, weil mit ein bisschen Glück habe ich morgen Alone in the Dark hier. Schon, schon. Ja, für euch dann nicht mehr schon, aber für mich schon. Wir haben heute den 18.03. Ich muss aber schauen, dass ich gut gepuffert kriege, wegen Unvorhersehbarkeiten in meinem Leben. Die Musik ist gerade sehr laut, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob sie für euch auch zu laut ist. Ich hoffe nicht. Okay, äh, ja, ich dachte eigentlich, ich komme wieder wie beim ersten Teil in so ein Fenster rein. Passen Sie die Helligkeit so an, dass Sie den Baum, ach so, ja, Sie haben imaginäre Baum, ne? Ja, so. Ähm, ja. W-Line spielt er? Okay, dann wird das hier wohl gerade voll in Action direkt reingehen. Das macht nichts. Ähm, dann gebe ich euch die Eckdaten von A Plague Tale Retreat. Man fährt jetzt durch. Wie der erste Teil auch schon, ist es von Asobo Studio entwickelt worden und von Focus Entertainment gepublished. Wurde auf so ziemlich jeder Plattform rausgebracht. Auf PC, Playstation 5, ähm, Xbox. Und sogar Nintendo Switch, aber Cloud-basiert. Das heißt, ähm, nur online quasi. Nicht nur quasi, ist so. Und ja, ich bin sehr gespannt, worum es geht. Ich meine, warum auf einmal die Ratten dann doch wieder eine Bedrohung sind. Weil, okay, ja gut, die Ratten sind immer nur dann keine Bedrohung, wenn Ugo bei uns ist, in der Tat. Mal sehen, wie sie das aufziehen. Da bin ich sehr gespannt. Achso, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Ugo's Herbarium. Hm. Das ist ja schön. Ich habe aber gar nicht so viel gesammelt. Und der erste merkt auf zu, weil du hast eine besondere Färbung für die Armbrust, gehe zu extra, um sie auszurüsten. Wir haben eine Armbrust, das finde ich cool. The Red Dumbsel. Das erinnert mich an den schlechten Netflix-Film Dumbsel. Ja, Leute, wenn ihr den gut fandet wegen Millie Bobby Brown, ehre euch. Aber ich habe mich zum Teil so furchtbar gelangweilt bei dem Film. Dabei hatte der eigentlich alles, was man meinen könnte, was den Film hätte gut machen können. Nur eine Stunde oder fast zwei Stunden Katze und Maustür zwischen Drache und Mädchen war einfach zu wenig. Ähm, aber sei es drum, das Pack hatte ich irgendwie mit dabei, obwohl ich gar nicht damals vorbestellt hatte. Also gehe ich davon, also ich gehe eigentlich davon aus, dass das ein Vorbesteller-Bonus war. Das heißt, ich nehme mal an, dass bei Saturn hatte ich es, also bei dem orangenen Planeten Saturn hatte ich es gekauft, zusammen mit Blacktail Innocence, war es irgendwie im Angebot, dann habe ich dann, glaube ich, irgendwie beide zusammen 60 Euro bezahlt. Keine Ahnung, ich nehme das jetzt dankend an und dann soll mir der Rest egal sein und wir starten doch... Tja, diese Bullshitter. Armbrust-Auswahl. Kapitel 5 freigeschaltet. Josephs Armbrust. Ich nehme dann... Joa, ich nehme die, die ist schick, die ist rot. Kodex. Welche Blumen habe ich denn jetzt alles? Man weiß es nicht. Gänseblümchen, Nelken, Akelei. Korniskraut. Lavendel. Ich habe sie alle. Gut, woher ist... Das ist... Ach, das waren die Extras. Hm. Hm, 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 hm. Ich wollte eigentlich Musik, Sprache, Deutsch. Ja, 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 Untertitel, ja, Untertitel, Sprache, Deutsch, Charakternamen. Ne, 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 wenn ich Namen davor habe. Ich mache mal Namen dazu, einfach falls... So, Ton... Kopfhörer, das ist schön, Mono, Dialog zur Proberation. Nein, Gesamtlautstärke würde ich gerne zumindest die Musiklautstärke ein bisschen runterdrehen. Es sollte die Musik dann zu leise sein. Ich wollte 70 haben. Ich wollte exakt 70 haben. So. No, es Spiel... Ihr Bullshitter hier. Bestimmt dann Spielerlebnis. Narrativ anfesselnde Reise mit Fokus auf Erkundung. Normal. Ein ausgerichtes Spiel mit optionaler... Äh, optionaler Balance ist Abenteuer und Herausforderung. Schwer ein erbitterter Überlebenskampf. Ich hoffe, ich kann es im Zweifel noch ändern. Aber jetzt blende ich mich mal aus. Wir starten mit The Plague Tale. Die erste Folge wird immer ein bisschen, ähm, länger für euch. Ja, so nett bin ich. Kapitel 1 unter einer neuen Sonne. Königreich Frankreich. Juni 1349. Oh, Ugo hat eine andere Stimme. Er ist zu schnell! Wir schaffen das! Oh nein, der Turm! Er kommt! Blöde Sträucher! Ihr seid zu schnell für mich! Los, fangt uns doch, Zauberer! Hey, entspann dich! Unser Bösewicht kann nicht mehr! Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiter lernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Geht acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei! Oh Gott, ist das süß! Eure Mutter fand sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ach, ja. Schade, dass Ugo eine andere Stimme hat. Vielleicht hat er aber auch gar keine andere Stimme. Und die Stimme ist einfach älter geworden. Das will ich gar nicht mal ausschließen, weil er hatte eigentlich eine niedliche Stimme. Eine Burg. Da will ich hin! Ja! Also gut. Dann mal schnell. Oh, ein Haufen Lavendium. Du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Tut ihm nur gut. Ob wir Mellie wiedersehen? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das ist neues Haus. Das ist eine Burg. Eine Burg. Eine ganze Burg. Lukas, der Heimtürkische, dringt in meine Burg ein. Ja! Und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia! Er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähne bis zehn. Dann schnapp ich euch. König Ugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Gut. Behalten wir ihn im Auge. Ja. Wenn er kommt, fliehen wir. Äh. Acht, neun, zehn. Ich komme! Er kommt. Er kommt. Ich rieche Angst. Machst du gar nicht. Ich, Lukas, der Heimtürkische, schwöre, dass ich aus euren Zehen Eintopf mache. Wie köstlich! Können wir ihn ein bisschen verarschen? Wie das? Ich kann ihn hier nicht verarschen. Aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Das ist schlecht. Seid ihr das König Ugo? Nein! Weißt du was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja! Oh Gott! Der Heimtürkische hat euch erblickt. Es ist vorbei! Du bist zu böse! Kommt, verzweifelt nicht! Zu einfach! Gut! Ihr bekommt noch eine Chance! Was? Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. Ja, wäre ich da nicht drübergeklettert, bin ich eine Idiotin. Wo denn? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme! Acht, neun, zehn! Wo seid ihr? Ich kann eure Angst riechen. Oder ist das euer königlicher Mundgeruch? Ach, königlicher Mundgeruch? Könige, wir stürzen nun mal! Bleibst du, kommst du, gehst du, gehst du da rum? Weil dann tease ich dich so. Lieserling. Ach, nein! Gefunden! Ihr habt meine Macht unterschätzt. Er ist zu stark. Oder wir sind zu schlecht. Ich glaube eher, wir sind zu schlecht. Oh, ich will noch mal. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Mein schwarzes Herz brennt für den Kitzel der Jagd. Brennt! Brennt, ihr Narren! Dieses Mal zähle ich nur bis fünf. Na los, Amicia. Schnell, mein König. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ich komme! Er kommt hierher. Wo denn? Amicia, los, schnappen wir ihn. Ja. Ich kann Gedanken lesen. Ich weiß, dass König Ygo nachts Äpfel isst. Woher weiß er das? Gute Frage. Alter, was, 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 was? Nein! Wie unfair. Wenn du hier rumkommst, gehe ich mal hier lang. Jetzt sehe ich ihn nun, Alter, nicht mehr. Es ist ein bisschen doof, dass ich ihn jetzt nicht mehr sehe. Ha, was? Hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Oh Gott, Leute, das ist gerade ein bisschen nervisch. Wie heimtückisch von dir. Dankeschön, die zwingen mich nicht dazu. Na ja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. So. Was willst du dir an der ganzen Burg ansehen? Wie da hinten? Hier muss es scheiße warm sein. Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Warum nur nicht runter? Tu ich nie. Ja, klar. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war es, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Wow. So schön. Ich muss aber sagen, Lukas hat mich auch so schnell gesehen. Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt. Ja. Mach weiter. Das sind die Meerschiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Ja. Das gefällt dem König. Sollen sie kommen. Ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Sehr süß. Oh. Hallo. Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh. Die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber... Wer bist du? Tonor. Ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Ugo und Amicia. Kannst du schießen, Tonor? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuere die Kanone ab. Los. Kämpfen wir. Alter, was macht der Junge da? Außer gar nichts. Wir treten ihn in den Arsch. In den bösen Arsch. Ganz ruhig. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu spüren. Wir sind im Krieg. Keine Ruhe zu manieren. Warum ist der jetzt nicht kaputt? Oh Gott. So, verpasst ihn den Ladenstoß. Okay. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Ugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Äh, ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Äh, ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tönor. Er war sehr nett. Und ich glaub, daran ist was faul. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Ich hab sie alle versenkt. Und Tönor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Hm. Das könnte aber lang dauern. Oh. Dieses Mal nicht. Alles wird anders. Ich weiß es. Das hoffe ich. Diese Wünsche und Hoffnungen. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? Du machst Spaß. Ich helf dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ohohoho. Du wachst es? Irgendwann schaff ich das. Glaub mir, Junge. Wenn du spätestens, wenn du in die Richtung von 10, 12 Jahre gehst, wirst du ordentlich mehr... Wirst du langsam irgendwann mehr Kräfte kriegen. Reichen wir es an? Na klar. Ich bin bereit. Yes. Angriff. Angriff. Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah. Sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier. Ein Geheimgang. Uh. Ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja. Guter Plan. Oh. Ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Hey, ja. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Bist du verletzt? Nein. Aber ich will jetzt zurück. Ja. Das reicht erstmal für heute. Ja. Amicia. Hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe. Das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg. Leise. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Oh, okay. Ich dachte, ich könnte da lang gehen und mich ein bisschen versteckter halten. Achso. Hier lang. Amicia. Hey. Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen. Zeig uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge. Ihr elenden Diebe. Ich schneide euch ein Stück. No. Äh, was? Komm zurück. Wir müssen raus. Bitte. Nein, nein. Komm. Wir sitzen. Er verfolgt uns noch. Wir müssen einen Ausgang finden. Wir sind zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. Du willst mich umbringen. Schnell. Ich bin zu weit gegangen. Schnell. 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 Ich komm nicht wieder. Ich schwör's. Schnapp ihn. Fein. Ach du Scheiße. Überlass ihn mir. Ich flöre euch an. Nein. Hände zu dir. Überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast. Oh. Mein Gott. Matthias. So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Mein Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie. Wir müssen hier weg. Sehr schnell. Die sind verrückt. Ja, die sind eindeutig nicht mehr ganz gaga. Jetzt drüber. Los. Die werden uns töten. mit uns am Fleisch und Haufen. Ich weiß uns nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Matthias. Komm. Wir haben Opa übel erwischt. Scheiße. Nein. Nein. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja. Pass mal auf. Alter. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Alter. Das ist ein Blutwerk. Gut. Vorsicht. Heu ihn hier nicht rum. Vielleicht hat noch welche von Ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich... Wer geht nicht weg. Was soll's? Der Werkzeugkasten macht krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Versteckt sich hier noch jemand? Riese! Schnell jetzt. Oh, no, 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 no. Halt weg, die Jungs! Halt weg, die Jungs! Halt weg, die Jungs! Wie aufmerksam sind die... Oh! Nein! Bitte was zum... Wie aufmerksam war das denn jetzt, Biste? Das ist ein Blutbad. Gott. Hey. Vorsicht. Folgen hier nicht rum. Vielleicht hat noch welche von Ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich? Der gehört nicht weg. Ich mach's. Was soll's? Oh, das ist sehr umständlich, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte doch nur arbeiten. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Äh, das ist im Vergleich zum ersten Teil jetzt ein bisschen umständlicher, wie ich finde. Schnell, wenn wir beim Wagen sind. Verschwinden wir von hier. Mama wird zu sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leiser. Thomas! Bewegt deinen verdammten Arsch hier rüber, Sofa! Oh, der Junge. Oh nein, ihr lebt zu nah. Vielleicht ist er noch weg. Hören Sie. Los, hoch da. Ich will so hoch. Sehr lautlos. Boah, was sind das für Freaks? Wir sollten inhaben eine CD hier unten geschehen. Warte, warte. Kumpel, zieh dich, Kumpel. Jetzt. Oh nein, er kommt. Was ist das? Hölle. Los geht's. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht verkehrt. Sie hast gesehen. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Geht klar. Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Ich muss ihn ablenken. Ich muss ihn ablenken. Ich will ihn mir vorknüpfen, bevor Partner ihn erwischt. Der versteckt sich hier irgendwo. Diese Tür. Amesia, die Töpfe. Könnte klappen. Boah, das ist ja mega umständlich. Ich muss ihn hinter ihm werfen. Ja. Für dich. Ich will dir, sagt mir, dass es hier rausgeht. Nein. Ja. Ja. Ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wäre es anders lieber. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Kann er nicht seine Rücken kontrollieren und gut ist? Ich bin ein ziemlich großer... Ganz schön schwer. Aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie den Weg gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Ugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Sch, still. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Ah, ich bin ja noch ausgeblendet. Hör auf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich biege das wieder gerade. Herr Arm! Ugo, bleib hinter mir! Wer seid ihr? Ist doch egal. Wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäuscht mich nicht verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Was? Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun. Glaub mir. Du redest zu viel. Kannst du nicht deine... Ah! Alter! Hol deine Ratten. Er kann es nicht mehr kontrollieren. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also zumindest nicht mehr bewusst kontrollieren und auch nicht für lange Zeit. Na gut, wenn das so ist. Das sieht so schön aus. Ein Phönix? Das sind Mythenwesen. Amicia? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein! Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte. Warte auf mich. Okay. Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Nein! Bleib hier! Ich höre kleiner... Oh, 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 oh. Ich frage mich, wie viel Zeit da jetzt vergangen ist, tatsächlich. Wo willst du hin? Wie alt ist er wohl jetzt? Vielleicht sieben? Sechs, sieben? Ich muss zurück. Dann werden ja schon zwei Jahre wieder vergangen. Ich muss sagen, ich habe nicht darauf geachtet, wann das erste Spiel gespielt hat. Dann könnte ich es jetzt vermutlich genau sagen. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Was? Wo bin ich hier? Amicia? Mama? Luca! Wo seid ihr? Ein Phönix. Schlecht. Ich frage mich, wenn er die Ratten nicht mehr kontrollieren kann. Hör auf zu schreien und hilf mir! Hilf mir! Such sie! Ob sie deswegen dann wieder zurückkommen? Hilf mir! Nein! Nicht das! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hör auf zu schreien! Er kann den Phönix hören, aber wir hören ihn nicht. Aber wir hören den Phönix ja nicht. Ich höre nur diese schrille Musik. Ich will nicht jetzt! Ich will nicht sterben! Es geht wieder weg! Es ist das Wasser! Du hast mich gerettet! Dankeschön! Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund! Träumt er das gerade? Sieh an, wer wach ist! Gut geschlafen? Ich habe etwas geträumt! Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich... Ich war krank! Und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet! Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof! Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reiseübung. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten. Ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Niveaus Blut. Er hat sie bestimmt. Lein Zittermaus. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betaten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge. Sie sind es. Komm her. Nein, warte. Amicia. Du, halt den Karten auf. Lass sie mich denn wischen. Oh, crap. Leute, das machen wir nächste Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein. Ich wünsche euch eine zwei mit reink ceilfilze. Da� neks. Wir sehen uns zwei, wir sehen uns.